Jo Leute, hier sind wir mal wieder bei Road2 Commander und vor allem es sind schon wieder viele Gegner und natürlich auch wieder mit Robert Guten Tag! Und der Robert hat auch noch einen Gast Und zwar? Ei Der? Ei Der? Der? Ja, wo zu dem S zu dem Aka dein richtiger Vater Aka deine Mutter Ja Ah, der Robert folgt schon wieder ab mit seiner Der Robert heute hat sich jetzt mal eine Brandgranate geholt Oh ja, ich auch Ja, und zwar dann noch ein paar Aufsätze für seine Pumpgun Ah, wir verlieren Oh Und für alle die wissen wollten, was äh Vor Zwei Videos das Wort war Jetzt kommt die Auflösung Es war Evolutions-Ausrutscher Hey Und alle die das in die Kommentare geschrieben haben, die kriegen einen Preis Und da das nur ich war, kriege ich einen Preis Ja, du bekommst nur den Combat von mir Bekommen ein Match mit dir, ja? Oh ja Oder eine Skype-Stunde Wir machen Dull-Commentary Oh 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 Vergobensum Oh Oh Oh, das Lymph geht ab hier Oh ja, oh ja Komm Brandgranaten-Action Oh 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 Osama, was haben wir Schönes gemacht? Fahrrad gefahren Cool, oder? Ich war in der Schule, wann hattet ihr aus? Äh, nein, wir hatten, haben Projektwoche Und dann fahrt ihr Fahrrad, ist natürlich ein cooles Projekt Na ja, wird schön, dann haben, sind zum See, zum See gefahren Eine, anderthalb Stunden Haben dann da einfach nur eine anderthalb Stunden gelegen und sind wieder Eine Stunde zurückgefahren Also eigentlich ziemlich scheiße Ja, wir hatten letztens in der Schule auch so Projektarbeit Eigentlich sollte man da irgendwie das Ganze über ein paar Wochen hinweg machen Wir sind einen Mittag drangesessen, haben es komplett fertig gemacht Okay Wir haben so keinen Bock da drauf Die haben übrigens ein Geschütz bei uns direkt An der Ja Ne, das ist gegnerisch Das ist schon das zweite, das nervt voll Boah So ein Camper Kill gestohlen hast du mir Oh ja Oh Das ist der Neobbase Achso, ich dachte ich hab ne Flagge und ich geb halt die Fahne zurück, aber Wie? Nicht Oh, der Oh, bin ich ja Knife killen Aber die haben noch die Flagge, die kommen grad zu sich Ja Ziemlicher Noob bist du Das bin's ich wieder Wir haben gleich verloren, aber ich hab hier noch so'n Ding Ja, super hat sich gelohnt Na toll Oh, sag mal, möchtest du nicht auch mal wieder Videos machen? Nö Wenn die Gegner eben auf Nahkampf gehen, haben sie ja selbst Pech, wenn sie verkacken Ja, man findet immer ne Ausrede, bis wenn man gestorben ist Ja, genau Natürlich möchte man's nicht auf sein eigene Ein eigenes Versagen Und wir auch, wir sind doch die Pro-Gamer Schlechthin Ach, wieder mal im Gegner-Team Wie's sich natürlich gehört in der zweiten Runde Ja Hehehe 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 Lustig Osama, weißt du noch, wo wir mal Modern Combat 2 zusammen gespielt haben? Ja Weißt du's Ich wusste gar nicht, dass ihr sowas gemacht habt Ich glaub wir haben da ne Runde gesniped Ja, und du gingst irgendwann voll ab Am Anfang reich immer von, dann hast du No-Scopen entdeckt und Ist nicht voll zu f*** Hat er bestimmt nur rumgelackt, oder? Ja, also Hab extra schlecht gespielt So Hallo, ich hatte 1,16 AKD Immer dann 1,2 Ja Nicht schade Ist richtig scheiße Ja Das... Wollte ich jetzt nicht direkt sagen, aber Hehehe Ne, Modern Combat 2 Der eine Account wurde von mir gespart, wo ich ewig drauf gezockt hab, weil ich drauf gehackt hab Und Und Du Hacker Ja, aber das war in späteren Zeiten, ich hab dann auch die alte Version gespielt, also Wer die alte Version zu der Zeit gespielt hab, war ja gestraft, weil der jeder zweite gehackt hat Da kann ich ja eigentlich nichts dafür Ja, ja Hätt ich jetzt auch gesagt Hacker Hast du ein Wallhack in meinen Videos auch nicht entdeckt, oder? Nö Ich hab einmal in einem Video gesagt, dass Ich den integrierten Radar aka Wallhack benutze und da haben übel viele in die Kommentare geschrieben Wer will schon mit dir zocken, du Hacker? Guck mal Oh scheiße Scheiße Oh Nö, Lucker Eigentlich muss ich messen und dann läufst du weg Ja, messern wär ja noch noobie Stimmt Nächstes Mal nämlich die Schock Aber ich hab ja hier auch ein AFK-Team, das da rumsteht Alter du hast ein Prestige 15, so schlecht ist es auch nicht Doch Richtig schlecht Na der hat sich selber getötet Weiter Oh da kommt der Robert Komm lauf raus, lauf raus Schade, das war's nicht du Bin schon weg Bist du auf der anderen Seite? Alter, er ist gerade Noobtube gegen Noobtube, oh fuck Hm ich seh's schon, obwohl ich weg bin Ich camp auch nicht in der Ecke Ach bist du doch noch da? Ja Deine Brandgranate hat mich auch voll getroffen und so Und stirbt auch mit der anderen Was ist, du macht einen Punkt, was ist mit meinem Team los? Ja, frag dich mal Oh man Scheißmin Oh man Daniel, was sagst du zu meiner Spielweise? Schlecht Und wieso? Na weil du in der Ecke gesessen hast Ja Ja Was soll ich denn machen, wenn drei Gegner vor mir sind? Ja, du Was? Oh, du bist tot, ne? Ich hab den 5-Hit-Mager gesteckt, der kniet sich kurz hin und bumst mich weg Oh, jetzt kommen hier drei Gegner Oh Gott, wir sind neuer Base Scheiße Ja Macht keinen Spaß Ja, ja, Ziele 25 Kopfschüsse hab ich Jetzt schon Ich camp jetzt Ich hab grad in der Ecke gecampet verloren Tja Tja Naja Erzähl du mal was Wie geht der eigentlich ab mit der KR? Was machst du heute noch so? Ich? Ne, du Außer Wichsen Uhhh Hhhhh Also Ich? Was mach ich noch? Hn? Spawnkiller Ja, da fällt dir nichts mehr ein wahr? Außer巾 Ja, das ist jetzt echt ja Unter meinem Niveau Welches Niveau? Ich mach Beatbox, Daniel Freestyle, okay? Okay. Okay. Daniel? Du meinst Osama? Ja, Osama. Osama macht Freestyle. Na, sonst ist es sehr langweilig. Sonst bringt mein Beatbox ja gar nichts. Ja, also ich wär auch dafür. Ich mach auch die Hook. Du machst Freestyle, ja? Nee. Naja, wenn aber keiner Freestyle macht, dann kann ich ja kein Beatbox machen. Ja doch, mit dir fängt alles an. Fang mal an am besten. Oh je, das ist Robert. Ähm. Bring mir noch ne Melodie rein. Alter, du kennst das ja echt. Oh shit! Nein! Machst du auch nächstes Jahr bei der Hall of Shame bei Jules Vlog mit. Ja, wir hatten überlegt, also nach dem 500-Abo-Special, was ihr ja wahrscheinlich alle kennen werdet. Ja klar doch. Wenn nicht, dann habt ihr Pech, ich hab's von meinem Channel runtergenommen. War das das Lied? Ja. Ja. Ha, ich kenn's. Robert, der Boss. Oh ja. Das war eigentlich nur zum Fun, aber natürlich können wir auch besser rappen, wie ihr hoffentlich wisst. Also da waren ja auch schon ein paar hilsebige Reime dabei, aber die Noobs von euch haben das ja wahrscheinlich nicht gemerkt. Ähm. Und da haben wir mal gedacht, dass wir so vielleicht mal so aus Spaß bei Jules Vlog Battle Hall of Shame teilnehmen. Ja, ich hab da auch übel Bock drauf, irgendwie nächstes Jahr mit irgendwelchen Masken die ganzen Rapper blöd zu machen. Ja, ich hab da auch übel Bock drauf, irgendwie nächstes Jahr mit irgendwelchen Masken die ganzen Rapper blöd zu machen.